Moin Moin und hallo! Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man an einem MAN MAN TGL 12.250 Truck die Kanzel annehmen kann, die Kabine annehmen kann. Dazu werden wir als allererstes auf die Frontseite gehen und die besagte Serviceklappe öffnen. Nun drehen wir auf der rechten Seite das Ventil nach rechts mit dem Pfeil nach oben und dann schieben wir einen Hebel hinein und fangen an zu pumpen. Wie ihr seht, müsst ihr die ganze Zeit pumpen, aber dieses Fahrerhaus, dieses Kabinchen hebt sich recht zügig, wie ihr seht. Achtet auch darauf, dass ihr keine Artikel in eurer Kabine so nach hinten gelegt habt, dass diese jetzt gleich nach vorne sich verabschieden können. Hier sieht man zum Beispiel, wie sogar in einem manuellen Getriebe dann auch die Schaltknauf dort unten hinaus kommt. So, immer weiter heben, heben, heben und jetzt habt ihr Zugang zu eurer Maschine, wie ihr seht. Jetzt könnt ihr hier zum Beispiel mal so ein bisschen durchputzen oder natürlich die Glühkerzen wechseln oder andere Servicetätigkeiten erledigen. Wenn ihr dann fertig seid, dann wendet das Ventil wieder auf die linke Stellung, das ist mit dem Pfeil nach unten und fangt auch dort an zu pumpen. Denn dies bedeutet zurück mit der Kanzel. Nun achtet darauf, dass ihr keine Sachen im Motorbereich gelassen habt, weil sonst geht es diesen Teilen nicht gut. Auch keine Kinder oder Tiere dort lagern. Nicht so intelligent. Jetzt seht ihr noch, wie die Fahrerkabine wieder zurück schnappt in das Schloss und damit ist auch der Anhebe- und Abhebeprozess erledigt. Nun noch entfernt den Pumpmechanismus, macht vorne die Klappe wieder zu und ihr seid wieder bereit zur Abfahrt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!